moin moin da sind wir wieder mit der chaotischen familie mit ihr ja schlaf du mal ja passt macht der geisterhund und mit der cousine was macht er okay ich glaube immer was schnelles schnelle mahlzeit erbsen kätze nein nicht im spiel stopp stopp aufhören aufhören böse katze wir spielen im möbel lernen die kriegt jetzt auf den deckel dafür und er kann mal wieder zocken es ist zu spät um irgendwen einzuladen haben die morgen schule du nimmst sie mal frei komm sie meldet sich mal krank siehst du mal dann gehst du mal schlafen ok passt du kochst was und zwar sind sie nicht da ohne kiri muss ja auch noch kochen lernen das muss ja mal ein bisschen besser werden süße kätze in den müll ich weiß gar nicht von wem das die hausaufgaben sind ich glaube von apollo sogar oder vor allem er hat echt nicht viel gemacht und steht 1 das finde ich witzig es liegt einfach an den guten schulen taubenfedern ach der hund ist da deswegen ist da licht an und gehen wir auf toilette hey stopp geh die katze anschimpfen oder auch nicht apollo kannst du die katze ausschimpfen die muss erzogen werden wo ist sie ja die hat doch schon wieder was vor na ok ja geh mal ein bisschen schach spielen einfach mit teddy bekanntschaft gemacht ja gut du kannst einmal fertility genau kannst ja mal zum arzt gehen und gucken was da bei dir los ist nice michael wird gleich da sein ich würde ja gerne sie mit michael verkuppeln flirten 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 vielleicht klappt das lass mal deinen neffen im grunde in ruhe gehst du jetzt mal bitte dahin genau ok so bisschen flirten hier kann er bitte aufhören wegzulaufen ich will mit ihm interagieren hör auf meine blumen zu gießen sowas nervt mich man unterhält sich gerade mit denen und die gehen einfach so kannst du mal bitte nicht meine blumen gießen während ich mich mit dir unterhalten will bleibt doch jetzt einfach mal an einer stelle und unterhaltet euch ey ihr nervt mich sims ihr macht wieder nur dumme dinge ich versuche doch hier nur zu flirten genau hm guck mal bei ihr geht das schnell sie schnappt sich michael buse rosa anbieten rosa anbieten er verarscht uns ok süß aufreizend position können wir fragen ob er mit einem freund zu sein perfekt sie geht das nicht langsam an ok ok oder sie gehen einfach ab ins bett von der tante auch ok warte mal er muss zur schule oder geh mal zur schule bin ich mal gespannt machen wir hier sauber so du bist traurig ja kann man da irgendwas machen schon wieder so ein hundehaufen mach den mal weg können ja gleich mal gucken wie das ist mit den anderen schwangerschaftssachen ob sie sich da tatsächlich einfach künstlich befruchten lassen kann von einem random das wäre natürlich auch wild das habe ich nämlich auch noch nicht ausprobiert hier in sims mit der neuen mod macht sie um rat bitte nee lass mal nee sowas machen wir hier nicht was haben wir denn da nee das wollen wir nicht ok was ist denn das was ist denn das guck mal das kann sie ja mal ausprobieren oh wir können uns jetzt bilder angucken lol wir können uns bilder angucken von wem wir das kennen hätten das ist ein teenager wir können ja nicht einfach von einem teenager das kind uns schnappen wild das heißt sie kann sich jetzt einfach künstlich befruchten lassen verrückt ach da ist er sogar bei hab ich das mal früher gewusst wen suchen wir uns denn da josef geiler name ich hab ja gerade mal überlegen ne wir haben ja hier ein vampir boy komm sie weiß ja nicht dass er ein vampir ist das wäre so witzig wenn sie random einfach ein vampir baby kriegt wir werden uns ja eh nicht mit denen beschäftigen mach mal einen schwangerschaftstest mach mal einen schwangerschaftstest lul und sie ist krank schnapp dir mal schnelle mahlzeit schnapp dir mal schnelle mahlzeit orangensaft tja jetzt ist noch mal einiges hier im haus los cute kann die jetzt einen test machen und jo jetzt haben wir jetzt zwei schwangere im haus hat sie unwanted sie hat ja gar keine eigenschaften so oh sie will keine wild verrückt das heißt wir haben jetzt zwei schwangerschaften im haus eine die sehr gewünscht ist durch die große schwester was ask her company wild hat sie jetzt ohrsaft getrunken unwanted pregnancy naja schwierig das heißt wir haben bald zwei kleinkinder hier im haus sagen wir müssen dann so ein bisschen was los werden hier an sachen den packen wir mal hier rein den brauchen wir jetzt gerade auch erstmal nicht packen wir nämlich schon mal babykrippen hier hin ja die ist schön und hier noch eine da in so einem helleren ton und apollo hat gar keinen plan was los ist da kommen die zwei verrückten tanten ins haus und dann passiert sowas wir müssen ja ein bisschen spice hier reinbringen und dann ist das haus nicht ganz so leer wenn er auszieht ja okay aber sie wird ja auch bald in einem tag wird sie einfach älter können sie ihn einladen aber ich glaube er ist in der schule oder nein er kommt tatsächlich sehr viel stress sehr viel stress da da erstmal beschweren dass sie nicht verhütet haben ja nice apollo ist gut in der schule und er ist schon wieder krank was ist denn das medizin nehmen ja apollo hat mitgekriegt dass da sehr viel mist am start ist besorgt ihr mal lieber für erhütungsmittel was fertility ach no was 3 ok moment mal das will ich mir jetzt mal kurz angucken wie steht das da ja auswahl 16 verrückt und wie ist das bei ihr ich verstehe nicht so ganz was das heißt das versuche ich mal gerade auszufinden 17 ist das weil sie schwanger ist oder was hm ich will auf jeden fall dass apollo gut vorbereitet ist da kauf dir mal schnell kondome mein freund du hast zwar noch keine freundin aber wer weiß können wir ihn jetzt nötigen zu heiraten das wäre witzig also das geht tatsächlich mit der mod wenn nicht gerade das ding in rumspackt da konzentriere dich auf das gespräch mit ihm sie will jetzt dazu bringen so jo du musst mich heiraten du hast mich geschwängert und sie machen es wirklich ok cool ich habe keine ahnung ob er dann hier ein zieht aber apollo ist ja eh bald hier raus Familie hat einiges im gang er macht es halt wirklich ich weiß auch nicht wie viel jünger er als seine Tante ist ich glaube wir müssen dann hier irgendwie den platz anders machen so ein ding nö einfach nur unter welchen bedingungen die haben eh genug geld und achso ok sie ist happy über ihre schwangerschaft sie freut sich richtig finde ich süß was da ne grad nicht was mit dir kannst du irgendwas baby machen discover gender status ne das machen wir grad nicht da so ein bisschen geburtsvorbereitungskurs kann man mal machen so apollo wann wirst du älter in oh guck mal sie hat morgen 1 2 3 4 5 6 Tagen Apollo hat einfach noch keine einzige Freundin also feste Freundin und zumindest so eine Teenie Schwärmerei hätte ich ja ganz gerne gehabt junge Erwachsene ok sie ist auf jeden Fall noch Teenager sie ist Teenager junge Erwachsene Teenager 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 ok diese Frisur von ihr ey wir bieten ihr einfach mal so eine Hose an ich will sie noch kennenlernen freundlich da kennenlernen nice ich will wissen was ihre Eigenschaften sind oh ich find's gut die sind jetzt verheiratet aber er lebt nicht hier find ich gut ne du gehst jetzt nicht essen du bist ja am flirten so ein bisschen und was hat sie jetzt für eine Eigenschaft Spinnerin Spinnerin oje ja es schreit doch nach einer ersten Beziehung die nicht gut läuft oder? so aufreizend posieren süß ne ersten Kuss gibt's noch nicht flirten können wir sie nach einem Date fragen? no 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 stop nein du Trottel du küsst jetzt nicht unter einem Mistelzweig wenn du noch nicht deinen ersten Kuss hattest Schluss sowas machen wir hier nicht so wir gehen nämlich auf eine Verabredung Arschloch dieses dumme Mistelzweig küssen ist noch nicht mal Weihnachten so ihr geht jetzt auf ein Date ok da rennt eine Katze ok wo kann man denn schön hingehen ist hier nicht auch irgendwo so dieses Klippending oh Karaoke Bar das ist doch schön da romantische Aura wir gehen einfach in die Lounge wir müssen mal irgendwie gucken mit ihrem Outfit ob wir da was machen können weil das ist ja jetzt nicht so Teenager-like was sie da anhat vielleicht können wir da was machen ich finde die sollten die so ein bisschen weniger weird zusammenwürfeln die Outfits ist nett vielleicht kann ich das gleich einmal kurz machen vor allem auch die Frisuren mit diesem komischen Hütchen weg lad mal schneller manchmal ist mir der Ladebildschirm schon zu lang und es wird immer schlimmer umso mehr Erweiterungen man hat habe ich das Gefühl ich habe jetzt auch nicht so den neuesten PC aber trotzdem ist es nur Sims so komm mal klar so ey du hast echt ein wildes Outfit können wir das mal grad ähm da einmal ändern da haben wir wieder unseren Ladebildschirm ok ah ok lol das ist Lukas und sie will Bartu Stuff machen ne irgendwie nicht gemeine Herzensbrecherin verrückt seit wann gibt es das ok ok ja verrückt passt doch Mareike du wirst die erste Beziehung von Apollo und es wird nicht so laufen würde ich mal sagen hm ja finde ich gut und dann machen wir grad ein paar Fertig-Outfits oha irgendwie nicht so was haben wir denn so äh dieses dieser Lidschatten wild den finde ich gut ähm äh mhm Dorna Kanku Yatsuru perfekt Sportklammerten ok wild oh wei bo aha äh äh wilde Partyklamotten auf jeden Fall vielleicht hiervon was ich finde das Make-up sieht halt mega schlimm aus teilweise ja aber das passt hier der Lippenstift ey hm fühle ich nicht so boah diese das finde ich so schlimm dass sie das nicht anpassen das Make-up dass das dann auf jedem Hautton vernünftig rüberkommt das sieht doch schlimm aus genauso wie hierbei so wer hat beim Schwimmen Make-up an also ich finde das könnte noch irgendwie angepasst werden auch da schon wieder wer macht denn so einen Scheiß nochmal weg so besser jetzt hat sie wenigstens einigermaßen normale Klamotten an das lebt oh Oh, jetzt sind wir hier? Warum? Wieso sind wir nicht bei Apollo gelandet? Was? Tatsächlich, durch die neue Mod kann man auch hingehen und Kinder zur Adoption direkt freigeben und sowas. Das finde ich halt auch ganz spannend. Und es besteht die Möglichkeit, dass eine Schwangerschaft fehlschlägt. Und mehr. Okay. Sind wir nicht auf Date hier? Ja, aber das hat jetzt nicht funktioniert. Egal, dann ist es jetzt einfach. Könnt ihr mal hier irgendwie was Schönes zusammen machen? Die sind jetzt nicht zusammen hier, ne? Das ist ein richtiger Mist. So, ich will jetzt nochmal. Warum hat sie auch nicht das Outfit an, was ich wollte? Hä? Ne, das ist Sandy Road. Lull, wo ist... Um Verabredung bitten. Okay. Sie ist einfach weg. Sie denkt sich so, nö. Hier, da wollten wir doch gerade zusammen hin. Ist sie hier? Zusammensetzen und versuchen. Aha. Ein bisschen Blubberzeug machen. Kompliment über Aussehen machen und sich... Warum rennst du weg? Wir haben gerade ein Date. Stopp. Ich möchte mit dir reden. So, Hände küssen. Schmeicheln. Nach Liebesleben fragen, wild. Was ist denn mit der Toilette da im Hintergrund? Rosa anbieten. Man muss ja ein bisschen interagieren miteinander. Mutiger Anmachspruch. Oha. Romantik. Können wir jetzt den ersten Kuss machen? Haben wir jetzt keinen ersten Kuss, oder was? Doch, da ist der erste Kuss. Oh nein, er stinkt. Warum stinkt er? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber erster Kuss ist da. Okay, mal kurz Zähne putzen, Hände waschen ein paar Mal. Das müsste helfen. Wow. 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 Ja, er wird sauberer dadurch. Nice. Können die zusammen jetzt Karaoke machen? Duettes singen. Country. Nice. Bisschen Karaoke singen zusammen. Ist doch schön. Hör mal auf da mit deinen Gags. Wir singen jetzt zusammen. Klingt nur nicht so schön. Die können beide nicht singen. Aber sie haben Spaß. Verrückt. So, bitte eine Freundin zu sein. Guck mal, das wird deine erste Freundin. Ich weiß übrigens nicht, was es bedeutet. Können wir eigentlich... Freundschaftsringe tauschen? Hey, sowas machen wir nicht. Flirten. Ich glaube, mehr von den Sachen können wir gerade nicht machen, irgendwie. Nee, ich will keine Freundschaftsringe tauschen. Flirten. Flirten. Ja. Da. Flirten. 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 Was will er jetzt da? Kannst du dich bitte aus unserem Gespräch raushalten? Boah, das ist ja unangenehm. Dass wir hier so als Teenager interagieren und so ein Senior stellt sich dabei und viel zu nah. Weiß ich nicht. Kann der bitte gehen? Nee, so, sorry. Ich will nicht, dass der Opa dabei steht. Das muss nicht sein. Versuchen zu verführen. Nice. Naja, okay, verspielt sein lassen machen wir jetzt nicht. Ist mir zu lästig. Können wir jetzt hier tatsächlich... ...kennenlernen nochmal. Mal sehen, was dann kommt. Aber wir hatten hier eben tatsächlich Ask for Protection. Würde mich mal interessieren. Ist, glaube ich, nicht mehr da. Okay. Fragen wir einfach mal random, willst du Kinder? So in dem Alter. Okay, sie hat nie drüber nachgedacht. Was passiert jetzt? Komm, wir asken jetzt mal über Protection. Sie hat nix dabei, ja. Wir sind vorbereitet. Wir sind immer vorbereitet. Was man jetzt fragen kann. Okay. Heiß und süß, oha. Haben wir jetzt... ...gesagt wegen Birth Control? Das würde mich mal interessieren, was da kommt. Ja, okay. Dann geh auch mal nach Hause, Apollo. Das war doch ein erfolgreiches Date. Keine Ahnung, was zu Hause bei denen abgeht. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne Like, Abo, Kommentar oder sonstiges da. Und bis dann. Tschüss, tschüss. dann mal hier. Sch above's auf, allerdings, ja. at Cocin Whatsappen.